Und viele wollen auch weiter lieber mit einem möglichst negativen Test ergeben und natürlich in der Tasche in den Urlaub fahren. Und spürbar ist aber auch an die Durchatung bei den vielen ehrenamtlichen Helfern, die da arbeiten, wie den Hürden Kaiser von dem Malthusak. Natürlich auch einfach mal Erleichterung. Wir haben hier durch die Aktion immer geguckt, woher geht denn das jetzt hin und wann immer wo, dass es im ersten Schritt auch nicht die Infektion in größter Zahl gezeigt hat in der Bevölkerung.